Hallo ihr Lieben, so ich hoffe es funktioniert jetzt mein Handy und ich haben leichte Unstimmigkeiten miteinander. Ich wollte euch gerne noch was zeigen, denn, oh mein Gott, was geht da oben ab? Mein Mann ist früher heimgekommen und dann dachte ich, gestern kam meine erste Bestellung von Craft Hillier. Ich habe nämlich bei der lieben Anni von Annelies Welt, verlinke ich euch unten in der Infobox, eine super liebe, total liebenswerte, nette Frau, habe ich Doodle Pops gesehen. Sie hatte nämlich eine Karte bekommen und da hat sie, ich glaube eine Karte, und da hat sie Doodle Pops bekommen. Und dadurch bin ich bei der Google Suche auf Craft Hillier gekommen und habe mich so in diese kleinen süßen Doodle Pop Cardstock Sticker verknallt, dass ich da einfach echt ein paar holen musste. Also die sind doch so, so, so süß. Und ja, da habe ich mir auch einen Eiswagen geholt. Also den finde ich voll goldig, so mit Noten und Eistüten. Und dann nochmal ein Bärchen. Ich habe es irgendwie mit Bärchen. Ja. Wer mir schon länger folgt, der weiß das. Ich habe einen Bärchen-Tick. Und ich glaube, die hier hat sie auch gehabt. Die hatte sie auch bekommen. Und das ist auch mit so 3D. Genau. Und dann hier eine Schreibmaschine. Oh, ich liebe Schreibmaschinen. Ich muss mal echt gucken, dass ich mir vielleicht zum Geburtstag eine Schreibmaschine wünsche. Ja, und ein Schäfchen. Oh, total süß. Und dann hier noch ein kleiner Hamburger. Der ist doch goldig, oder? Genau. Und dann habe ich mir noch geholt, weil ich halt gesehen habe, die hatten halt diese Storage-Boxen, oder wie heißen die? Doch, Storage-Tin für die Distress Mini. Hatten die günstiger, als ich sie jetzt bei Amazon bekäme. Weil die Sachen kommen halt aus Spanien. Aber, also ich sage mal, das Warten hat sich gelohnt. Den einzigen Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich hatte mich umgeguckt in dem Shop und hatte mir dann diesen Mini-Ink noch geholt. T-Dye. Und ich hatte nicht beachtet, dass ich den schon habe. Also entweder kommt der in eine Verlosung mit rein, oder was wahrscheinlicher ist, meine große bekommt. Also das kann halt auch passieren. Weil die auch in diesem, ja, im Bereich Bullet Journal, Traveller Journal, Scrap Booking und alles schon sehr aktiv ist mit ihren neun Jahren. Und, ja, da auch sehr, sehr intensiv mitmacht. Genau. Und, ja, was ganz süß war aber hier. Ich habe einen Herzlomi, habe ich noch dazu bekommen. Also ganz goldig. Genau. Und dann war noch so eine Karte mit dabei. Die weiß ich aber leider gerade nicht, wo sie ist. Ähm, genau. Und, ja, was gestern dann noch ankam ist, ich möchte ja die Wassershaker mal ausprobieren. Und da kam jetzt dann halt auch meine erste Glasschneidematte kam an. Und, äh, genau. Da machen wir dann irgendwann mal demnächst Wassershaker-Karten. Aber die werde ich wahrscheinlich dann nachvertonen. Weil ich habe immer Glück, wenn mein Mann dann daheim ist, dass ich dann hier ein bisschen was machen kann. Ähm, ja. Und sonst muss ich halt, kann ich aufnehmen, das ist gar kein Thema. Aber ich muss halt immer gucken, dass ich es irgendwie ein bisschen dann nachvertone. Genau. Ja, das war so der super süße, kleine und total knüssig feine Haul heute. Also viel war es nicht. Aber es kam an und das von Craftelier gerade, diese Doodlepops, die wollte ich euch halt unbedingt zeigen. Und, ja, da macht man dann halt auch mal wieder Werbung für andere Kanäle. Ich wurde ja auch von der, von der Hedwig ganz, ganz, ganz lieb erwähnt in ihrem Video. Also ich bin immer noch, ja, voll hin und weg. Ich habe mich so gefreut. Also ich bin ja schon ein, ich bin ja schon ein paar Mal auf verschiedenen Kanälen erwähnt worden. Aber es ist wirklich jedes Mal aufs Neue so. Ich bin überfordert, weil ich mir halt einfach auch denke, was mache ich denn so Besonderes, ja, was euch so gefällt. Und die hatte ich euch jetzt fast unterschlagen. Ich habe nämlich auch eine Karte mitbekommen. Also total süß mit Kätzchen. Oh Gott. Ja, da ist halt so diese Standardgewinne, eine kostenlose Bestellung, dass man halt im Endeffekt Werbung für die macht. Ich meine, das ist normal, ne? Aber, ja, man macht es ja auch gerne. Ja, und wie gesagt, ich glaube, da können mich noch 50 Leute in ihren Videos erwähnen. Die liebe Carina, beziehungsweise Sparina, die hatte mich ja auch erwähnt und hat mich ganz dolle gelobt und alles, weil ich ja bei den ATC-Karten mitgemacht habe, spontan. Wobei die Karten von mir jetzt auch nicht so unbedingt, ich bin nicht so begeistert davon gewesen, weil ich mich halt echt dran halten wollte. Ich wollte nicht, dass es sich so ewig lang zieht. Und ja, beim nächsten ATC-Kartentausch mache ich auch mit. Und da werden die Karten dann noch besonderer. Wobei, ja, sie sind schon echt, sie sind okay gewesen. Ich habe sogar eine Standschablone benutzt, die ich im Shop habe. Und das hat schon einen echt coolen Effekt gegeben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Album noch irgendwo hier habe. Ich könnte es euch mal zeigen. Also es ist total cool. Das wird jetzt halt so ein Kuddelmuddel-Mischmasch. Also das sind so die Karten, die bei dem Tausch zustande gekommen sind. Bisschen auf die hier. Ich fand es komisch, das so eine freie Fläche zu haben. Ich habe dann spontan einfach noch schnell eine gemacht. Aber hier, also... So, 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 so schön, diese ganzen Karten. Ja, echt voll goldig, ne? Und das war meine und das musste halt doch... Also ich wollte schon, dass sie zügig da ist. Aber wenn ihr Lust habt, mal so ETC-Karten zu machen, dann guckt bei der Sparina auf den Kanal. Den kann ich euch auch gerne unten in die Infobox setzen. Die macht nämlich jetzt wieder einen ETC-Kartentausch. Wobei ich auch am überlegen bin, ob ich vielleicht auch einen mache. Also bin ich echt am Rattern. Ja. Wobei ich sie da erstmal fragen würde, ob es für sie okay ist. Carina, ist es für dich okay, wenn ich das auch mache auf meinem Kanal? Ich will dir ja nicht irgendwie querschießen. Nein, ich denke, ich werde sie dann anschreiben und sie einfach auch offiziell fragen, ob das für sie okay ist. Weil halt viele, die ihr folgen, mittlerweile auch irgendwie wirklich mir folgen. Und ja, ihr überfordert mich. Ich glaube, ich bin gerade bei 293 Abonnenten. Also ich bin jetzt gerade auch schon echt wieder dabei, wirklich hier meine Schränke durchzuwühlen, um euch irgendwie eine Dankeschön-Verlosung dann wirklich gönnen zu können, wenn dann die 300 Abos geknackt sind. Weil ich ja nach, glaube ich, der 200 Abo oder 250, hatte ich ja gesagt, ich mache nicht mehr bei 50er Schritten. Weil das einfach, das hat sich so rasant gesteigert in den letzten Monaten, dass ich kam gar nicht mehr hinterher, die Pakete rauszuschicken. Und jetzt gab es auch eine Panne mit DHL. Da ist scheinbar ein Gewinn von mir, ist irgendwie auf dem Versandweg beschädigt worden und kommt jetzt angeblich wieder zu mir zurück. Und ich bin echt stinksauer, weil das ist mir mit DHL bisher mit den Verlosungen hier bei YouTube noch gar nicht passiert. Und auch sonst hatte ich bisher echt brutal wenig Scherereien mit DHL und dementsprechend nervt es mich. Ja, ich bin nur froh, dass die Gewinnerin so super verständnisvoll und, ja, aber mich nervt es. Ich bin stinkig. Aber wie gesagt, ja, das wollte ich euch zeigen. Total süß und total knuffig war definitiv auch nicht die letzte Bestellung bei Craftillier. Den Link setze ich euch auch unten in die Infobox. Und dann werde ich mich jetzt hier erst mal kreativ ausklinken, denn mein Mann ist ja schon zu Hause. Wir haben jetzt 19.30 Uhr und das ist eigentlich nicht so. Die Standard-Heimkommenszeit von ihm meist kommt er erst so gegen 21, 22 Uhr rum heim. Auch freitags, das ist das Los der selbstständigen IT-Dienstleister, die kommen meistens erst spät in der Nacht heim. Oft ist es dann so aus dem Haus, da liegen die Kinder noch im Bett und wieder nach Hause, da liegen sie dann wieder ins Bett. Und ja, momentan wird es jetzt eh komplizierter, weil Homeoffice von allen hergebettelt wird. Und ja, genau, da hört die Arbeit nicht auf und wenn die eine Arbeit zu Ende ist, dann stehen gleich zwei oder drei neue vor der Tür. Aber wie gesagt, ja, ich kreative mich jetzt mal ein bisschen rum, vielleicht bastle ich auch noch ein paar ETC-Karten. Und ja, genau, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Ja, hätte ich jetzt mal gesagt, ob ich das direkt vertonen kann oder nicht, weiß ich nicht, aber ich wollte jetzt den Haul gerne einfach abdrehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Freitagabend. Bleibt auf jeden Fall gesund, bleibt positiv, wir kommen aus der Nummer wieder raus. Lasst euch nicht unterkriegen und lasst euch nicht nerven und lasst euch nicht ärgern. Und ja, lasst uns einfach ein bisschen gute Laune verbreiten. Ich weiß, mittlerweile ist es echt schwer. Die ganze Situation geht jetzt schon fast ein Jahr. Da sind die Akkus bei vielen voll unten. Aber wie gesagt, wir haben nichts davon, wenn wir uns gegenseitig anzicken. Genau, also in diesem Sinne habt einen wunderschönen, entspannten, ruhigen und erholsamen Freitagabend. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.